Was war die kürzeste Zeit, in der du einen Typen K.O. gehauen hast? Ich hab den kalifornischen Rekord aufgestellt. 18 Sekunden, inklusive Auszählung. Ich bin Johnny Knoxville. Und ich bin Butterbean. Heute werden wir ein bisschen boxen. Okay, Jungs, ich will jetzt einen fairen Kampf sehen. Steh auf! Noch einmal! Du ermöbelst mich jetzt zum letzten Mal. Noch einmal. Und dann darf der Schmerz einsetzen. Schlag mich, schlag mich mal. Na los! Na geht doch! Das war's. Das ist nicht gut. Der ist raus. Lebt Butterbean denn noch? Siegt euch K.O. in der ersten Runde für den Champion, Butterbean. Wo fahren wir jetzt hin, Knoxville? Krankenhaus, bitte. Was wollen wir da? Keine Ahnung. Ich hab wohl ne ziemliche Wunde an der Birne und außerdem ne Gehirnerschütterung. Oh, krieg ich ne Spritze? Ja. Geht's Ihnen halbwegs? Mhm. Einen müssen wir noch machen, mein Junge. Ja, Sir. Dann sind Sie ein freier Mann. Dankeschön. Die nächsten 24 Stunden wird es Ihnen nicht so besonders gut gehen. Danke, Dr. McRiver. Sie werden mich bestimmt in zwei, drei Tagen wiedersehen. Dann sind Sie bitte mit der Brustung. Tod das ist schon ein guter Mann. Vielen Dank.